Ich bin Markus-Marie Engkist. Ich bin Sänger, Songwriter, Schauspieler, Familienvater und Theaterleiter. Und runterfahren muss ich eigentlich selten bis nie, denn runterfahren ist mein Job. Runfahren, entspannen bei dem, was man macht, Freude haben. Klar, wenn es manchmal solche Momente gibt, wo man runterfahren muss, wo ich auch logischerweise muss, dann sitze ich eigentlich gerne mit meiner Gitarre, mit einem guten Glas roten, irgendwo draussen und irgendwo, wo man die Berge sieht. Dann kann ich so richtig runterfahren. The End